So, ich habe eine Pause gemacht, gespült, das Bad saubergemacht, den Küchenboden saubergemacht und ich mache weiter, so. So, ich habe eine Pause gemacht, das Bad saubergemacht, den Küchenboden saubergemacht. Und weil ich schon angefangen habe, direkt in 4 Vierteln und ich bin nicht zurechtgekommen, deshalb brauche ich so ein bisschen langsamer, 48 Schläge, die Minute. 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, geht schon scheiße los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, bis dahin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3. 4. 2, 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Scheiße. Hat so gut angefangen. So, müssen wir nochmal von vorne machen, was das jetzt so. Zwei, zwei, drei. Durch die Dome und gehe, in Kirche in die Sonne. Pause. So, jetzt der zweite Teil. Zwei, zwei, drei. 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 Zack. Jetzt hat es gestimmt. Ja, nicht einfach. Ach. Und weil es nicht einfach ist, so ist es jetzt nicht einfach. Ich habe eine Tasse. Kinder, eine Tasse. Da. Die, 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 die... Vielen Dank. 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 Ich übe den Text. So. 1, 2, 3. Maria durch ein Donwald gehen, der hat in sieben Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin...